Hier haben wir jetzt wirklich Schläge einfach. Wie gesagt, Bruder, da hinten haben wir Automaten. Wen stellst du dir vor hier, Bruder, wenn du das siehst? Bruder, du machst jetzt ein 1 gegen 1. So, Freunde, jetzt stehen wir genau vor dem Boxautomaten. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben uns ein Boxautomat gemietet. Und wir kommen aus Hamburg und haben das in Berlin geplant. Und jetzt steht in Berlin irgendwo ein Boxautomat. Sehr ehrlich, dafür ein Like erstmal für die Aktion. Und ich sehe gerade noch 20 Sekunden, dann wird der Schlag nicht akzeptiert. So, filmen wir jetzt die Zahl. 837. Ja, das war schon ein ganz okay Schlag. Freunde, es ist wieder derbe heiß. Und Spaß in Berlin, in Hamburg. Überall ist es gerade zurzeit derbe heiß. Wie gesagt, Freunde, ihr seht den Boxautomat. Und zwar habe ich heute geplant, Boxautomat auf der Street. Ganz, ganz neues Format. Wie gesagt, wir haben ein Boxautomat einfach auf die Straße geholt. Ich hätte auch auf die Kirmes gehen können oder auf den Dom und mit dem Boxautomat drehen können. Aber ich wollte, dass wir aus eigener Hand ein Boxautomat irgendwo hinstellen, wo wir Bock drauf haben. Jetzt steht da vor dem Kiosk. Danke nochmal, dass ihr uns Strom gibt. Da sind schon die ersten. Führen wir da hin einmal. Einmal da und einmal da. So, wie gesagt, ich habe auch auf Instagram gepostet, dass die ein oder anderen kommen sollen. So, jetzt wird das langsam Zeit, dass mal ein paar Leute kommen. Sonst muss ich alleine schlagen. Ja, an der Stelle, falls ihr nichts verpassen wollt bei solchen Aktionen, Instagram unbedingt abchecken. XSLX. Und ja, dann würde ich sagen, mir ist echt zu heiß. Lasst uns gleich starten, wenn hier ein paar Leute sind. So, jetzt sind schon die ein oder anderen erschienen. Alle Killerblick, komm, alle Killerblick. Guck mal, alle stramm. Okay, ja, da werden bestimmt noch ein paar mehr kommen. Wie gesagt, das sind die ersten 10 Minuten oder so. Ja, wie gesagt, Jungs, wer will als erstes schlagen? Komm her, Bruder. Machst du Boxen oder so? Nein, dir gar nichts, aber ich habe früher YouTube gemacht. YouTube? YouTube. Achso, ich wollte gerade sagen, YouTube, hä? Schickst du links? Ja, ich schlack mich links. Komm. Boah, der hat Power, der Junge. Der hat Power. Ich will nicht sagen, aber mein Rekord war 880. Ich schwöre. Ich dachte, du hast richtig Power. Ich dachte, da kommt jetzt ein Riesen. Aber du hast gut, du hast Power. Mach noch einen, wenn du willst. Allein fliegt da rein, Digga. 858, 59. Sehr gut. Komm, einmal du. Er sieht ein bisschen verdächtig aus. Was geht's? Wie heißt du? Hassan, du? Du kennst mich doch auch, oder nicht? Wie heißt ich? Dennis. Ich glaube, er hat drauf. Bruder, ich will nichts sagen, aber da war vorhin so eine 13-Jährige, so klein, Bruder. Der hat 7-11 geschlagen. Lass mich nochmal schlagen. Er ist verletzt. Seine Ehre ist verletzt. Komm, nochmal. Hassan, komm. Richtig Power, richtig Power. Auch wenn heiß ist. Bruder, das Mädchen hatte 7-11. Wallah? Ja, mach doch einen, komm. Du bist doch verletzt in der Ehre. Komm, Bruder. Einen noch. Alles gut, Bruder. Wallah, jeder guckt dich an. Komm, bitte. Ich bin mal ganz kurz. 595. Ich bin mal 800, Bruder. Was soll ich sagen? 800, 800. Oh mein Gott, krank. 800, Bruder. Geile Shirt, der. Kennst du gerade ihn? Ja. Sehr gut, Bruder. Jetzt ist ein Schlag für ihn, ja? Nicht enttäuschen. Machst du eine Boxen oder so? Nein. Nein. 550. Mach nochmal, Bruder. Jetzt zerfällt es aber. Machst du einen Trick hier? Gib ein Trick, Bruder. Guck mal her. Wenn er jetzt runterfällt. Ein Bruder, der Trick war echt krank. Bruder, was hat er da gemacht? Fühl mal ganz kurz. 5. Komm, ob ich zum Dings bringen. Brüne, Bruder. Alla Ehre, Mann. Der hat noch nie einen Topf oder so gemacht. Noch nie? Da war ich 7 oder so. Da war ich 7. Oh, diese Ausreden. Wenn er jetzt verkackt, dann deswegen. Bruder, du hast noch nie geschlagen, ne? Nee. Das habe ich gemerkt, Bruder. Nee, der war scheiße. Bruder, wenn du jetzt nochmal schickst, glaube ich 300. Deswegen mach nicht. Mach nicht, Bruder. Wer hat da am meisten drauf? Sie. Ein Mädchen, ein Mädchen. Ich will nicht lachen. Ey, der eine hat mit Fuß 5 gemacht, sie macht mit Hand 5. Richtig in die Mitte. Ey, unter 100. Unter 100 mit der Hand. Sehr gut. Aber für ein Mädchen ist es gut. Bei ihm, ich habe ein gutes Gefühl. Bei ihm wird, glaube ich, besser. Ey, ohne Spaß, wenn ihr euch fragt, ne? Ich habe mein Gesicht nicht gewaschen. Das ist alte Schweiß. Ey, Bruder. Ey, du sollst mir Faust schlagen, ne? Bruder, er hat einfach so geschlagen. Mach nochmal, Bruder. Ja, ja. Was soll ich sagen? Keine Frage. Ja, Bruder. Ich weiß, du wirst es keinen Sinn, aber darf ich Instagram nennen? Ja, Bruder, sag Instagram. Dann weiß ich schon selber, was passiert. Aber sag einfach. So, Bruder, ganz kurz erstmal Frage. Machst du irgendwie Boxen oder so? Kampfsport? Nein, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Aber hast du mal geboxen aus Bad Gown? Äh, ja. Bis jetzt hat noch niemand über 8x50 gemacht, ne? Ja, okay, werde ich jetzt. Mach, komm, Bruder, mach. Wenn du Rekord schaffst, dann mach. Sieh mal, sag, Bruder. Ken Bikir? Hier haben wir die Schläge, Digga. Hier haben wir das Bikir Schläge einfach. Wie gesagt, Bruder, da hinten haben wir Automat. Willst du direkt geschlagen? Ja, komm, Bruder. Und er ist gerade neu aufgestanden. Deswegen alle guten Morgen in die Kommentare. Wen stellst du dir vor hier, Bruder, wenn du das siehst? Bruder, WK, WK irgendeiner, Digga. Ja, einer von den beiden, ne? Ja, einer von denen, Digga. Komm, Bruder, lass Hut draus. Bruder, Rekord ist irgendwas mit 920. Bruder, 630. Guck mal dahin. Dieses Mädchen, Bruder, 711. Mädchen, Bruder. Ich sag nur, Mädchen hat 711 gemacht. Boah, der hatte Power, Digga. Bruder, das sind auf jeden Fall mehr als 800 safe. Du hast es kaputt, du hat eins auch kaputt. Komm, Bruder, wir machen gegeneinander, Bruder. Du einschlag, ich einschlag, okay? Als wir das was bringen, Armband abmachen. 865, Bruder. 870, 870 sogar. Bruder, der hat sich schon gut Power. Ich bin ehrlich. Ich schwöre auf meine Mutter, dieses Fake. Ein B****, der lübt. Ich schwöre auf wirklich dieses Fake. Er bleibt bei 775. Komm, Bruder, noch mal. Dieses ist Tumfake, ja. Digga, Wallah, irgendjemand hat eine Fernbedienung oder so. Was hast du gemacht? Digga, ja, ich schwöre auf Gott, ey. Bruder, 907, Bruder, 907. Wie ist das Fake? Ich schwöre auf Gott, Digga, hä? Wallah, nein, er bleibt bei 773. Bruder, letzter Versuch, komm, letzter Versuch, Bruder. Nein, 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 nein. Wie geht's mal, Bruder? Nein, Digga, dieses Tumfake, Wallah. Guck mal, wir machen gleich mit schwacher Hand, okay? Du einmal mit, was schickst du rechts, ne? Ja, schickst du diese, was rechts? Ja, das rechts, Bruder. Ja, Bruder, diese. Du schickst mit links, ich schlag mit links gleich. Da. Guck, mit Ansage wieder 700 irgendwas. Boah, so ist eine neue Uhr, Bruder. Wallah, Bruder, das ist echt schon. Nein, Digga, ja. Aber da gläuierst du schon, Mann. 774. Bruder, noch schlechter, Bruder. Bruder, hast du gerne klopfen oder so? Weil du sagst, ja, nicht die geht. Du wirst nicht. Nein, Bruder. Komm, jetzt mit links. Mit links ist es ein bisschen schlecht. Noch nie mit links geschlagen, ich schwör. Bruder, ich bin fast bei dir mit rechts. Mit links, Bruder, mit links. Komm, Bruder. 411. Hier, du verrast mich. Nein, Bruder. Nein, Bruder. Schlag nochmal, Bruder. Dicker, ja, Bruder. Was ist das denn? Ich schwör auf Gott, Digga. Bruder, hier, ein Boxer. Bruder, noch schlechter, 76. Bruder, nein, du willst. Ja, Bruder, ich spreche für dich Rekord. Ja, der ist Rekord. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Bruder, 910. Einer gegen ihn. Einer gegen ihn. Bruder, du machst jetzt ein 1 gegen 1. Also jetzt nicht auf Straße wie bei Becken, Bruder, sondern gegen Automat. Wer ist der Heftigste? Mach mal erstmal schicht, schauen, wer anfängt. Okay, willst du anfangen, Bruder? Du fängst an? Wer bist du? Ich heiße Alkan. Wie? Alkan. Alkan, auch Berliner? Ja. Sehr gut, Bruder. Dann zeig mal, dass du Berliner bist. Ja, Bruder, scheiße Automatiker. Hast du jetzt schon mal Angst vor mir? Ja, okay, ich wollte noch was sagen. 715. Jetzt Handy gleich. Schuhe auch ausziehen. Sehr gut. Alter, doch alles hat man geschafft. Er hat es geschafft, Bruder. Aber er hat das nicht mitgenommen. Dafür, dass er in Automat reingeflogen ist, Bruder. Wenig. Wie viel? Ja, hol mal einen anderen. 735. Wie heißt du? Musa. Wie? Musa. Musa oder Musa? Musa. Musa. Baba Musa. Drück mal auf den Knopf. Fang an. Aber wie siehst du? Alles Boxer. Komplett Boxer. Ey, komm mal her, Bruder. Oder er war Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Auf jeden Fall gehen, der erschienen ist. Wie gesagt, falls du noch nicht die Glocke aktiviert hast, kannst du jetzt die Glocke aktivieren, um immer eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn ein neues Video online ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, sein.